Jetzt kommt unsere dritte Übung, die nennt sich Konzentrations Curls. Sie heißt deswegen Konzentrations Curls, weil man sich da natürlich noch mehr auf den Bizeps konzentrieren kann. Man macht das einarmig. Timmy, führst du uns mal vor. Gas, der letzte Satz für Bizeps, die letzte Übung. Jawoll, komm. Ihr seht, hier kann er sich voll auf den Bizeps konzentrieren. Er kann da wirklich alles geben. Der Trainingspartner ist jetzt hier nicht so wichtig, weil er kann sich mit der anderen Hand selbst helfen. Bitte achtet darauf, dass ihr in dem Moment alles gebt. Hiervon macht ihr zwei Durchgänge, 8 bis 12 Wiederholungen. Damit sind es im Gesamten etwa 8 Sätze für den Bizeps. Das reicht, das ist ja auch ein kleiner Muskel. Das ist eigentlich einer der kleinsten im Körper, den wir trainieren. Das macht ihr erst mit der rechten Hand, Arm und danach mit hinten. Komm, hol dein Hadroni's Körper raus. 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 Komm, hol dein Hadroni'sadata-B originated, komm, Kohlen paus recognizes. Aufrund habe ich nie mit I'm begging you please, stay out of my mind, and out of my head. We've got fallen from the start, no matter who we are. It doesn't matter how we look, life's come so far. We've got fallen from the start, no matter who we are. It doesn't matter how we look, life's come so far. Now we're losing all our grace, sweet, sweet, shiny baby face. We've got to leave this place. We've got to leave this place. We've got to leave this place.